Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Es ist nichts gleichzeitig. Philipp, hol dein Zeug. Wir sind heute sozusagen ja nur zwei Personen. Du musst jetzt... Warte, lass mich kurz orientieren. Du musst wieder an den beiden Dingern zurück. Du musst da lang und dann die Rest halten. Dann nimm mal geradeaus. Dann nimm mal geradeaus. Ja, es muss eigentlich da lang gehen. Er ist hier jetzt. Soll ich den T-Shirt und den P-Shirt? Nee, passt. Danke. Danke. Soll ich verkackt. Ja, Mann. Voll voruntergehauen. Ja, ich wollte das sein. Das war nicht seltsam, oder? Ja man, das hast du nicht fliegen. Wenn dir einer auf der Nase oder backt, ist das wie von einem anderen. Ist da drüben schon was? Oh, schau mal. Ganz schön großer Boden hier. Ja man. Ja, auch ein Monitor ist nicht so zu sehen. Hier hat es doch gar keinen Monitor, oder? Ja, aber auf diesem kleinen Monitor, da war eigentlich immer so eine... Kleinen Monitor? Da war dieses kleine, wovor die ganze Zeit die Namen standen und die Zeit. Da steht nichts mehr. Das ist halt die Frage. Rüber gehen, oder? Nein, nein, noch nicht. Alles gut. Meist du, er kommt hier her?